Hallo, liebe Bürgerinnen und Bürger. Mein Name ist Sebastian Heinemann. Als geborener Biedicamer bin ich stolz auf die Entwicklung unserer Stadt. Das Besondere an Biedicam Bissingen ist für mich der Charme unserer Altstadt, kombiniert mit der modernen Zeit und deren Bauten. Dass Kultur, Einkaufen und Ausgehen bei uns groß geschrieben wird, sieht man alljährlich bei unserem traditionellen Pferdemarkt. Doch wie Sie wissen, gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. Definitiv verbesserungswürdig ist die Kindergrundsicherung in unserer Stadt. Die Zukunft unserer Kinder liegt in unseren Händen, weshalb wir verpflichtet sind, uns für die Kleinsten einzusetzen. Dazu gehört nicht nur das beschlossene Aus- und Neubauprogramm der Kitas, sondern das nunmehr zwingend erforderliche Abschaffen der Kita-Gebühren. Über 17.000 gesammelte Unterschriften dafür machen es eindeutig. Ich selbst bin mit Leib und Seele engagierter Vater im Elternbeirat und stehe für gleiche Bildungschancen und damit gebührenfreie Bildung. Diese sowie weitere Themen ließen mich zu dem Entschluss kommen, kommunalpolitisch aktiv zu werden. Die SPD steht für Solidarität, Zusammenhalt und Menschlichkeit, was ich gerne für Sie als Bürger vertreten und umsetzen möchte, um somit die zweite Seite der Medaille zum Glänzen zu bringen. Sie haben es in der Hand. Jede Stimme zählt bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai. Ihr Sebastian Heinemann Ich bin sehr dank in der Bilder und meine Frau.